Regina Chekops, Malgo Schatter-Rütt, Gabriela Sabo, dann Masterko war wahrscheinlich die Favoritin, die Polin Tschechinska, Lia Pell, Kelly Holmes, eine der Favoritinnen aus Großbritannien und neben ihr dann Theresia Kiesel, die so souverän im Vor- und Zwischenlauf war Ludmilla Borisova, Gwen Griffiths, Margaret Crowley, die Australierin und Carla Sacramento, die in Nizza gewonnen hat. Realistisch ist ein sechster Rang für Theresia Kiesel, aber sie hat sehr gute Leistungen hier gezeigt und vielleicht gelingt ihr eine Überraschung. Die Favoritin ist zweifellos, diese Läuferin mit der Nummer 3700, Svetlana Masterkova. Die Russin ist heuer die Schnellste gewesen über diese Distanz mit einer Zeit von 3.59.30 aufgestellt in St. Petersburg und sie wurde hier Olympiasiegerin über 800 Meter. Kelly Holmes, die bei der Armee als Judo-Trainerin tätig ist, zählt ebenfalls zu den Favoritinnen. Vierte über 800 Meter im Vorjahr. Zweite bei der Weltmeisterschaft mit einer Zeit von 4.0.304. Carla Sacramento, die 24-jährige Portugiesin aus Lissabon, sie stammt aus Mosambik, war schon im Semifinale 1992. Auch Theresia Kiesel übrigens, damals im Semifinale ausgeschieden. Und Carla Sacramento hat bei ihrem Sieg in Nizza gezeigt, wie stark sie heuer ist. Und wo ist jetzt Theresia Kiesel? Sie hält sich gleich gut an der dritten Stelle nach dem Start. Und Masterkova. Masterkova ist vorne. Da kommt Kelly Holmes. Und Theresia Kiesel ist etwas eingesperrt, muss sich da durcharbeiten. Hat uns aber geschickt gemacht. Außen die kleine Gabriela Sabo, eine Außenseiterin. Dreht in Zentral. Transsilvanien. Läuft für Rapid Bukarest. Und da läuft Kelly Holmes. Versucht davon zu laufen. Masterkova, Zweite. Und Theresia Kiesel versucht, die Lücke zu schließen. Sie liegt auf Rang 3. Kelly Holmes versucht ein Temporennen in der ersten Phase jetzt. Aber Masterkova ist hier auf den Fersen. Und Theresia Kiesel vor Gabriela Sabo an der dritten Stelle. 62, 66 für die erste Runde. Das Feld schon ziemlich auseinandergerissen. Außen Sabo. Innen Naomi Mugo. Sie wurde niedergerissen von der Rumänien Georgiou. Weit zurückgefallen, gestürzt. Wurde aber für das Finale als 13. Läuferin zugelassen. Mit Nummer 3050. Das ist Theresia Kiesel an der dritten Stelle liegend. Wie immer läuft sie etwas außerhalb. Will in kein Getränke kommen. Das Tempo ist jetzt etwas verringert worden. Holmes, Masterkova, Kiesel noch zwei Runden. Sabo, Mugo. Die Amerikanerin Regina Chekops an der sechsten Stelle. Sie war die Siegerin bei den amerikanischen Ausscheidungen. Auch sie Semifinalistin von Barcelona. Und Kiesel hätte sich doch immer ausgezeichnet. Ist doch immer dritter. 2, 10, 55. Holmes sorgt nach wie vor für das Tempo. Und Masterkova ist an der zweiten Stelle. Masterkova hat ja die 800 Meter gewonnen. Und dann in 1, 57, 73. Ja, kein allzu scharfes Tempo. Man wird sehen, wie Theresia Kiesel die letzte Runde da mithalten kann. Das Rennen wird wahrscheinlich sehr schnell werden. Die letzten 400 Meter. Noch ist Kiesel dritter. Sacramento ist da dabei. Holmes führt nach wie vor. Und Gabriele Sabo, die kleine Rumänin. Noch 300 Meter. Masterkova greift Holmes an. Und Sacramento neben Kiesel. Kiesel ist Zweite und greift die Führer des Sacramento an. Es kommt aber außen Gabriele Sabo. Reicht es vielleicht doch für eine Medaille für Theresia Kiesel? Die anderen sind schon etwas zurückgefallen. Gabriele Sabo ist vorbeigekommen. Und jetzt kommt die Kanadierin. Leer Pels. Kiesel fällt zurück. Ist aber noch Dritte. Aber es müsste sich ausgehen. Das wäre eine der größten Sensationen in der Österreichischen Leichtathletik. In einem Laufbewerb gewinnt Theresia Kiesel eine Medaille. Ich glaube, es ist sogar ein neuer Rekord. Masterkova gewinnt vor Sabo. Aber die Prostmedaille für Theresia Kiesel. Eine großartige Leistung, die sie hier geboten hat. Ich habe es nicht gewagt zu sagen, sie hat eine Chance. Denn realistisch war sie nicht vor Beginn dieser Olympischen Spiele. Aber sie hat sich hier derartig gesteigert. Sie war im Vor- und Zwischenlauf so souverän gelaufen. Und sie hat die nötige Nervenkraft bewiesen. Nach dem schlechten Abschneiden der österreichischen Leichtathleten hier hat sie ihre Leistung gebracht. Auf der Ehrenrunde Masterkova und Sabo und Theresia Kiesel steht hier nach dem Ziel. Alleine sie hätte sich auch verdient. Hier haben wir Theresia Kiesel. Das ist wohl der größte Erfolg in ihrer Laufbahn. Bei der Weltmeisterschaft in Stuttgart war sie Sechste. Bei der Hallen Europameisterschaft heuer hat sie nach dem Vorlauf zu den Favoritinnen gezählt. Sie hat aber die Nerven etwas verloren, ist nur Fünfte geworden. Sie ist Mutter von zwei Kindern, hat eigentlich mit dem Wettkampfsport schon aufgehört und ist wieder ganz, ganz groß herausgekommen. Und voll stolz präsentiert sich Kiesel dann im rot-weiß-roten Outfit. Heute sind das moderne Farben im Olympiastadion. Und die Leichtathletikdelegation hat jeden Grund zur Freude. Natürlich so wie Kiesel selbst. Ja, ich bin überglücklich. Also, heute habe ich noch einmal alles dran gesetzt. Und dass ich eine Medaille gewinne, das ist einfach fantastisch. Ihr Lauf mit einer Rempelei zu Beginn, da hat es ein bisschen kritisch ausgesehen für uns. Naja, zuerst habe ich geglaubt, es wird wieder so ein Bummelrennen, total langsam. Bis dann die Kelly Holmes angezogen hat, dann habe ich gewusst, es wird ein schnelles, flottes Rennen und ich brauche nur dabei zu sein und zum Schluss alles geben. Und es ist direkt richtig aufgegangen. Ja, natürlich. Ich habe heute noch einmal alles gegeben, was in mir steckt. Und es wurde mit einem dritten Platz belohnt. Ich bin sehr, sehr glücklich. Bronze Medalist, representing Austria. Medaille de Bronze, representant l'Autriche. Theresia Kiesel. Nach 24 Jahren Pause, Ilona Gusenbauers Hochsprung Bronze in München 72, war das letzte Erfolgserlebnis, darf sich also der rot-weiß-rote Verband wieder über olympisches Edelmetall freuen. Und zu hoffen bleibt zum Abschluss nur, dass die nächste Medaille nicht so lange auf sich warten lässt.